So meine Damen und Herren, immer noch selbe Sitzung für mich, weil ich gerade nicht weiß, wie es weitergeht, aber ich glaube, es geht direkt weiter. Gucken wir mal einfach mal, was jetzt abgeht. Ich berühre euch zu einem neuen Part. Und zwar waren wir letztes stehen geblieben, in dem wir gegen die Venice gekämpft haben. Goku, Ruffy und Naruto kamen dann wieder zurück. Und jetzt kämpfen wir direkt weiter. Aber ich habe keinen Gott am Schaden. Oh, no. So geil in der Luft. Oh, no. Ja, natürlich tut mich das, ganz ehrlich. Wo bin ich? Halt, ich dab den doch, Mann. Was ist da los? Das ist so schlecht. Es gibt viele los, ohne Spaß. Wie? Wie? Warum? Ich verstehe es nicht. Auf einmal hat sie eine Ultra in Zink oder was und keiner sidesteppen. Ich grab die. Wieso kann sie es sidesteppen, wenn ich sie gerade grabbe? Kommen zurück von einem Legit. Dort, wo wir aufgehört haben, geht es einfach Legit weiter. Einfach so unnötige Kämpfe wieder beschreiten. So richtig unnötig. Statt, dass mal wirklich was Krankes abgeht. Oh mein Gott. Naja. Mir fehlen die Worte. Wir machen einfach mal weiter was geht ab. Und zwar gucken wir uns das ganz mal an, die sind Spider-Man. Komm her. Komm. Ja und jetzt geht es natürlich. Wundermit deal. Wundermit deal. Wir machen jetzt eben noch. Wie? Und hier haben wir ein Wunder. Das können wir ja fertig sein. Wundermit. 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 Worum. Mein Kombo raus mit dir raus mit dir zack raus aber schnell die Dame gut damit wäre die Dame jetzt auch erledigt witzig war ja dass so viele Venoms da waren auf einmal kämpfst du gegen eine oder keine Ahnung im Endeffekt dann drei hab kein Problem damit schiebt wie gesagt diesen Müll beiseite und ich will den richtigen ich will die richtigen Kämpfe die richtigen Story-Kämpfe wo ist Kane, wo ist Galena wo ist der ohne Nase wie gesagt das will ich jetzt sehen und gucken wie es jetzt weitergeht let's go Naruto, Goku und Ruffy sind zurückgekehrt jetzt kommen wir oh alter was geht jetzt ab das ist der letzte das ist der letzte ist Galena was was ich bin sie sie ich bin Ja, das stimmt. Du solltest einen Plan machen. Entschuldigung. Das ist die Welt der Welt. Das ist die Welt der Welt. Das ist sicherlich. Was geht jetzt? Was geht jetzt? Was geht jetzt? Was geht jetzt? Wenn du nur gegen dich schlägst, wenn du dich schlägst, wenn du dich schlägst, dann bleibst du das ganze Welt! Das ist gar nicht möglich. Ich möchte, dass du dich vorst. Das ist das Legit-Shedens-Gesor. Der hat einen Shedens-Komplex. Ich weiß nicht so. Der ist verrückt. Ich weiß nicht, der ist das Welt, ein ganzes Gott. Das ist die ganze Welt. Wir verletzten, wir verletzten alles. Wir verletzten, der Welt. Das wird verletzten. Es wird verändert. Ja. Ich möchte, mich zählen. ja wohl geil solche kämpfe will ich warum geht es nicht immer so diese ganzen training mission und das gehört dazu ich weiß aber das eine vom netz an die diese stunden ist zu viel schreiben zu viel für meine nerven so was sie die szenen dass es zack zack weiter geht das ist cool das ist cool let's go oh mein gott ist kein was sehr wohl für den schaden machen wird auch ich kann es nicht vorstellen aber wenn ich gucke als body habe danach dann wäre es nicht nur so schlecht dann mache ich einfach die ganze das was ich gerade gemacht habe schauen wir mal schauen wir mal kane ist alleine gegen mich und goku sehr schön ja 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 Er macht gut aus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Was macht ihr jetzt dagegen? Okay, nein. Ich hab mich auch vorher nicht beschützt. Ich hab mich vorher nicht richtig schützt. Scheiße, ja, okay. Was? Oh. Mir bitte alle eure Kraft! Ich muss diesen Kampf gewinnen! Hab ich den getroffen? Wo ist der? Ah ja. Ah, der jetzt. Der hat keinen Schauen bekommen. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Oh nein. Ja, wow. Ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Warte, warte, warte. Warte, warte. Ich hab das, ich hab das. Ich hab das. Allerdings ein Traik. Abgab es. Okay. Okay, 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 okay. Mit Goku wäre ich nicht ult. Nee, 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 nee. Ich hab das, ich hab das. Ich muss die Kombo behalten, wie ich es mache. Mich selbst. Goku kann man immer. Wenn ich ihn treffe, zack, er zeigt. Traik. Ich muss einfach so defensiv spielen, weil eine Kombo und ich bin tot. Ich bin weg. Ich bin legit weg. Das ist halt, keine Ahnung. Egal. Aber jetzt, jetzt, jetzt. Moment, Moment. Aber solche Kämpfen machen einfach mehr Spaß. Weil es ist einfach ein Hauptkampf, sag ich mal. Das ist halt scheiße. Ich hab den, ich hab den gepackt. Ja, wow. Ich hab den, ich hab den, ich hab den. Inhalte. Ja. Ich kann nicht Angst so machen. Oh, wo ist der? Oh! Hey. Bitte. Ich schütze mich. Es muss klappen. Ja, cool, cool. Phantom. High-n-arge, Ignition Vault! High-n-arge, Ignition Vault! Nigasai, Planet Breaker! Phantom, Phantom. Ich muss es so machen. Nein, was machst du? Oh mein Gott. Ey, wenn das nicht trifft, dann heulich nachts. Zieh durch, zieh durch, zieh durch. Wer hat es überlebt. Was? Dieser K-Nate, keiner versteht ihn. Geht hier, was die Schilder. Wer hat es, was die Schilder. Wer hat es? Was ist das? Ich hab mich geschützt. Okay. Nice. Okay. Ich kann nichts anderes machen. Sonst frisst er mich auf. Mit einer Kombo. Wie ich vorhin verloren habe. Ja. Anders hätte ich nicht gewinnen können. Ganz ehrlich. Deswegen muss ich diese Feige zacktet nehmen. Aber anders hätte ich nicht gewinnen können. Eine Kombo, wie ihr es vorhin gesehen, macht einen Unterschied. Wenn ich eine Kombo bekomme von ihm, dann bin ich weg. Aber letzten Endes haben wir doch noch besiegt. Und jetzt bin ich drauf gespannt, was er zu sagen hat. Oder ob es wieder so aussieht, als hätten wir verloren. Oder wisst ihr was ich meine? Na, schau uns das Ganze mal an jetzt. Let's go. Was der liebe Cain zu sagen hat. Cain, was sagen sie? Oh, der liegt tatsächlich am Boden. Was der liebe Cain zu sagen hat. Ja. 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 Das stimmt was nicht. Ich wusste es. Was macht der? Der Direktor, ich wusste es. Mit seiner Hackfresse. Das ist der real Boss. Mit seiner dummen Hackfresse. Der hat uns einfach verraten. Was? Das ist der ohne Nase. Unglaublich echt. Unglaublich echt. Ich hab's geahnt, ich wusste es. Mit seiner Hackfresse. Unglaublich. 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 Der Direktor mit seiner dummen Hackfresse. Letztlich. Ich wusste es. Ganz ehrlich. Hält mit uns, Kate, komm. Ja. Omae wa tada yudanetana, subete o yami ni. Oh. Kalina, du Ratte. Ist das eine Wifi, he? Oh, die Kaffee. Was geschieht hier? Unglaublich. Ich bin geflasht. Keiner weiß. Oh. Oh. Was geht ab? Was geht ab? Ohne Spaß. Ah, der ist Kalina auf einmal. Was tut dieser Kalina? Wo willst du gehen? Oh. Oh, lol. War das? Wir tun seine Textkopie nicht. Oh, je, wie ne. Alles eskeniert auf einmal. Start. Unglaublich. Dieser Light, alter. Keiner weiß. So träuchte den auch nicht. Wir haben viele Menschen. Wir haben viele. Wir haben viele. Aber jetzt ist er der Kaffee. Oh, ja. Wir haben keine Probleme, die sich um die Prometeus zu kassen. Wir haben keine Probleme. Wir haben nur die ganze Macht. Was sagst du? Wir haben gesagt, was? Wir haben gesagt, was? Aber... Aber nicht. Wir haben alle Menschen die Prometeus zu kassen. Wir haben alle Menschen zu救en. Wir haben alle, was das? doch ich war für wach der wach was also erster zu basis nachdem was sie gerade abbefreundet wir sagen wirklich eine kranke die ganze training sessions der direktor ist einfach dieser komik ist ohne nase ich kann es nicht fassen käme ist gg galena ist eine wifi alle eskalieren komplett also krass warum nicht gleich so warum nicht immer action action das ist schon viel besser damit kann man wenigstens was anfangen wisst ihr was ich meine aber ich bin jetzt gespannt wie es weitergehen wird oh oh ja soll ich sagen ob ich jetzt quasi wieder so erstmal nebenquests machen muss die zuhause wahrscheinlich die alle erstmal retten und dann gehen wir rüber zu prometheus mein kens aber gut ob so oder so freunde ich hoffe dieser part hat euch gefallen wenn ja gibt den ganzen like gab endlich mal wieder bisschen mehr action und ich hoffe wir sind dann im endeffekt beim nächsten mal macht's gut freunde peace bis bald bis bald bis bald bis bald Untertitelung. BR 2018